Der ÖFB und Gerhard Milletich gehen getrennte Wegen. Nach 15 Monaten ist die Zusammenarbeit zu Ende und der 66-Jährige zieht sich unter anderem auch aus persönlichen Gründen zurück. Hinzu kommt natürlich auch eine belastende Inseraten-Affäre, die letztendlich das Aus für den 66-Jährigen Burgenländer bedeutet. All diese Themen und wie es beim ÖFB weitergehen könnte, besprechen wir jetzt mit KRONE Sportredakteur Rainer Bortenschlager. Servus. Servus, hallo. Borti, wir werden auf jeden Fall gleich mal das Kind beim Namen nennen. Wir wissen ganz genau, dass die Affäre zwischen Gerhard Milletich und vielen Kollegen aus dem Westen von Anfang an so ein bisschen angespannt war. War es für dich absehbar, dass diese Periode schon nach 15 Monaten zu Ende gehen könnte oder hättest du gedacht, dass es ein bisschen mehr Bisskraft beweist? Geht es gar nicht um Bisskraft. Absehbar war es natürlich jetzt in den letzten Wochen schon, wie die Affäre ins Rollen gekommen ist. Von Start weg natürlich nicht, dass es nicht der Präsident aller war, war von Anfang an klar. Es war von Anfang an eine Art Kompromisslösung. Aber es gab jetzt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Periode kürzer dauern könnte. Weil man hat sich ja auf ihn geeinigt, auch wenn es nicht einstimmig war. Aber eben wie dann diese Affäre ins Rollen gekommen ist und im Zuge dessen, was in den letzten Wochen alles so passiert ist, war es dann doch absehbar, dass es ein logischer und ein Schritt war, der dann zu erwarten war. Zeigt das aber auch, dass das ÖFB-Präsidium vielleicht zu viele Köche hat, die mitreden wollen, um den Brei letztendlich zu verderben? Glaubst du, muss man da auch bei der Organisationsstruktur beim ÖFB einiges verändern, um auch in Zukunft ein bisschen Ruhe zu haben? Natürlich, es wäre wünschenswert. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal so. Wir diskutieren seit Jahren, vielleicht schon Jahrzehnten, wie Sebastian Brödel, Marc Janko noch Teamspieler waren. Es gab schon die Diskussion, dass die vielen Landespräsidenten zu viel Macht haben. Zu viel Macht oder sich zu wichtig nehmen in diversen Entscheidungen. Da geht es um persönliche Befindlichkeiten, um Eitelkeiten. Oft gar nicht um den Fußball. Das ist definitiv schädlich. Das bringt den Fußball nicht weiter. Und ja, jetzt war halt die Spitze des Eisberges, dass man jetzt einen neuen Präsidenten suchen muss. Auch Krone-Kolumnist Herbert Prohaska hat sich gestern auf Krone.at dazu geäußert. Hat auch den Vorschlag geliefert, dass man vielleicht ein Expertengremium einrichtet, das sich alle drei bis vier Jahre abwechselt, dass keine Abhängigkeiten und Freundernwirtschaft quasi auch entstehen könnte. Was hältst du von diesem Vorschlag, dass man das vielleicht ein bisschen neutralisiert dann quasi auflegt? Ein sehr guter Vorschlag, meiner Meinung nach auch überfällig. Der Schneckerl hat ja auch dann geschrieben, es reicht ja, wenn die Landespräsidenten sich um den Amateurfußball in ihren Bundesländern kümmern. Aber für den Spitzensport wäre natürlich ein Expertengremium absolut zielführend und hilfreich. In vielen Überlegungen, wenn man bedenkt, dass die Landespräsidenten, bitte bei allen Respekt, aber bei Teamcheffrage etc., wie stimmen wir bei allen mit, wo es um den Spitzensport, um den europäischen Fußball geht, ob das da noch zeitgemäß ist? Ich glaube, die Frage beantwortet sich von selbst. Die andere Frage ist nur, wie will man das System ändern? Wie will man die Struktur neu aufstellen? Weil das würde auch bedeuten, dass die Landespräsidenten sich selber abwählen. Um eine neue Struktur zu schaffen, müssten ja die Landespräsidenten alle dafür sein. Und dafür sehe ich momentan absolut keine Einigung. Im Gegenteil, momentan kämpft jeder gegen jeden. Also vor allem zwei Lager, Osten gegen Westen, sind alle zerstritten. Also ja, der Vorschlag ist natürlich zielführend, meiner Meinung nach überfällig. Umsetzung bezweifle ich. Jetzt haben wir auch drei Namen, die vor allem gegen Milletich von Anfang an gewesen sind. Mit Gerhard Götschhoff aus Oberösterreich, Herbert Hübler aus Salzburg und Josef Geisler aus Tirol. Was hat deren Zukunft jetzt, glaubst du, zu bieten, nachdem sie irgendwo in gewisser Hinsicht auch Gerhard Milletich rausgeekelt haben? Schwer zu beantworten. Ich würde es auch gar nicht jetzt auf die drei Herrschaften dann reduzieren. Das Präsidium war also ein ganzes Gespalten und eigentlich zerstritten. Und die Skepsis gegenüber dem Gerhard Milletich war ja von Anfang an da. Das würde ich aber unabhängig betrachten als zur Inseratenaffäre. Das war einfach eine ganz neue Causa. Das muss man dann schon getrennt bewerten. Ich gehe mal nicht davon aus, dass einer dieser drei Herrschaften, die du jetzt genannt hast, sich jetzt an die erste Stelle setzen und sagen, okay, ich übernehme das jetzt interimistisch. Weil das ist jetzt vor allem einmal das Allerwichtigste. Wer übernimmt jetzt einmal die nächsten Wochen und Monate bis zum Sommer, wenn man dann vielleicht auch einen neuen, echten ÖFB-Präsidenten finden will und finden kann. Jetzt braucht man auch eine interimistische Lösung. Da glaube ich einmal, dass man im Westen, wird sich das jetzt keiner antun können. Weil man dafür eben zu klar Position gegen Gerhard Milletich bezogen hat. Wird spannend, wer sich überhaupt das antun kann. Da gibt es eine Entscheidung dann am Freitag oder soll es am Freitag bei einer auswaltigen Hauptversammlung eine Entscheidung geben. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Auch über Gerhard Milletich würde ich ganz gerne noch sprechen, was auch seine Leistungen jetzt in diesen 15 Monaten betrifft. Unter anderem war er auch mitverantwortlich dafür, dass Ralf Rangnick zum Teamchef dann auch ernannt wurde. Was würdest du ihm vielleicht hoch anrechnen? Was hat er wirklich gut gemacht in dieser Phase, um seine Beziehungen vielleicht auch in diesem Metier auszuspielen? Auf der anderen Seite, was würdest du ihm vielleicht auch angreifen? Was vielleicht auch die mangelnde öffentliche Präsenz nach außen, in die vielleicht das Ganze noch schlechter für ihren Aussehen hat lassen? Also in seine Ära fällt jetzt einfach einmal die Bestellung von Teamchef Ralf Rangnick. Das ist definitiv positiv und es gibt zumindest jetzt den Grundsatzbeschluss des Trainingszentrums, des Kompetenzzentrums in Aspern. Das ist mehr als überfällig, Jahre zu spät, aber da konnte man sich dann einigen. Auch da leider nicht einstimmig, aber da gibt es eine Einigung. Das sind sicherlich die zwei Errungenschaften in seiner Ära. Ja, dass der Gerd Milletich jetzt vielleicht nicht das ideale Sprachrohr eines des größten Sportverbandes des Landes ist und vielleicht auch rhetorisch seine Schwächen hat und sich nicht unbedingt wohlfühlt vor der Kamera. Ja, das hat man aber vorher gewusst, im Weiters seiner Arbeit beeinflusst hat. Ich erwarte mir nicht von einem ÖFB-Präsidenten, dass er zu allen immer Stellung bezieht. Das ist auch nicht zwingend notwendig. Ich denke mal, er war wahrscheinlich nicht die ideale Besetzung, aber er war dennoch von Anfang an, hätte ich gesagt, es wäre eine gute Lösung, aber wie so oft halt eine Kompromisslösung. Das ist halt Österreich, das ist auch unser Fußball. Da hätte man sich vor 15 Monaten schon anders Gedanken machen müssen. Aber man kocht halt immer so, oder man schmort in seinem eigenen Saft. Also es wird immer nur nachbesetzt von Landespräsidenten. Es ist immer so ein eigener Kreis. Frischblut, etwas Externes, eine externe Lösung, wäre damals vielleicht schon nicht schlecht gewesen und ist jetzt wahrscheinlich auch umgängig für die Zukunft, also nicht als interimistische Lösung, wenn man da vielleicht doch einmal ein bisschen die Scheuklappen ablegt und ein bisschen ein breites Spektrum ins Auge fasst, was es für welche Lösungen gibt. Um das Kapitel, Gerd Mähle, dich nochmal abzuschließen. Auf der einen Seite gab es natürlich die Anpatzversuche aus dem Westen, Bedingungen, die es ihm wahrscheinlich erschwert haben, sich als ÖFB-Präsident auch ein bisschen ausleben zu können. Auf der anderen Seite hat er eben auch diese persönlichen Gründe genannt, dass es gegen seine Person ging, diese Negativberichterstattung, die ihm auch zu viel wurde. Kannst du dann auch irgendwo verstehen, dass er sich persönlich schützen möchte und sich deshalb verabschiedet? Oder würdest du es auch irgendwo als Flucht werten vor dem, was jetzt ansteht mit der EM 2024, dass die Verantwortung vielleicht in seinem Sinne nicht so groß ist? Beides. Auch das Wort Anpatzversuche natürlich. Er spricht doch selber jetzt von einer Kampagne gegen seine Person. Es gibt immer zwei Aspekte. Der Herr Militich hat sich sicher nicht immer korrekt verhalten. Es gibt einen strafrechtlichen Aspekt und es gibt einen moralischen Aspekt. Den gilt es schon noch zu bewerten. Wie gesagt, noch das Ethikkommitee hat jetzt und wird wahrscheinlich jetzt auch nie ein Ergebnis dann verlautbaren, der Untersuchung. Aber er wird sich nicht immer ganz geschickt ein bisschen bolschert angestellt haben. Nehmen wir es einmal so. Also vom moralischen Aspekt her wird es sicher Verfehlungen gegeben haben. Ich glaube jetzt nicht, die Information, die wir haben, dass es in einen strafrechtlichen Bereich geht. Aber natürlich verstehe ich ihn als Privatperson, wenn er irgendjemand sagt, es geht um ein Ehrenamt. Warum tue ich mir das noch an? Natürlich aber auch mit der Sorge, dass man den Rücktritt jetzt quasi als Schuldeingeständnis wertet. Wobei mir auch ein bisschen die Selbstkritik in seiner Stellungnahme dann gefehlt hat. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist eine schwierige Geschichte. Also persönlich verstehe ich ihn, weil noch einmal, es ist ein Ehrenamt, das ist nicht bezahlt. Er wird sich bolschert verhalten haben, er wird auch moralische Richtlinien nicht ganz eingehalten haben. Davon bin ich überzeugt. Strafrechtlich nicht. Er hat Fehler begangen. Aber die Art und Weise, wie es passiert ist, das ist eigentlich mehr das Bedenkliche, dass nämlich intern er eigentlich abgesägt wurde. Sprich, die Informationen an den Medien kamen ja von seinen eigenen Leuten, von seinen eigenen Landespräsidenten. Und diese Art und Weise zeigt einfach nur, dass dieses Präsidium nicht geeint ist und eigentlich in den letzten Wochen und Monaten nicht für den österreichischen Fußball gearbeitet hat. Und dafür wäre es eigentlich da, wie ich gesagt habe, es ging um persönliche Befindlichkeiten und nicht um den österreichischen Fußball. Und deshalb ist es zielführend, dass er den Schritt zurück jetzt nimmt. Ob es jetzt eine Flucht ist, ein Schuldeingeständnis oder einfach nur zum Selbstschutz, sehr ehrlich gesagt dahingestellt. Wichtiger wäre es eigentlich, wenn sich diese Herrschaften irgendwie da einen, dass man auch wirklich im Sinne des österreichischen Fußballs wieder beginnt zu arbeiten. Weil, wie du gesagt hast, es stehen ja wichtige Entscheidungen an. Und Fakt ist, dass Gerhard Meletich jetzt Geschichte ist beim ÖFB. Anfang März stehen schon die ersten wichtigen Begegnungen in der EM-Qualifikation auf dem Programm. Das unter anderem auch Gesprächsthema nach einer kurzen Werbepause. Und wir schauen auch, inwiefern sich Marcel Sabitzer bei den Red Devils in Zukunft durchsetzen wird. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Sporttalks mit KRONE-Sportredakteur Rainer Patenschlager. Servus. Unsere Thematik ist der überraschende Rücktritt unter Anführungsstrichen von Gerhard Meletich als ÖFB-Präsident. Jetzt haben wir vor der Werbepause schon darüber gesprochen, inwiefern er sich profiliert hat, woran er vielleicht gescheitert ist. Jetzt wissen wir aber auch, ein Nachfolger wird definitiv gesucht. Gutgerüchten zufolge wird das Ganze vielleicht im Frühjahr offiziell bekannt gegeben. Aber am Freitag ist eine außerordentliche Sitzung des ÖFBs geplant. In welche Richtung, glaubst du, könnte es da gehen? Schwierig, wie vorher schon kurz angerissen ist. Ich glaube nicht, dass einer der Herrschaften aus dem Westen sich dazu zur Verfügung stellt. Meiner Meinung nach bleibt fast nur der Herr Thronhauser der Bundesliga-Präsident, den man vielleicht noch als quasi neutral hinstellen könnte, das jetzt weder dem Westen noch dem Ostlager zuzuordnen ist, kein Landespräsident. Aber das ist wirklich rein spekulativ. Also das ist, bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die Herrschaften, ob sich die Herrschaften neidigen können. Sie müssen eine Lösung finden. Aber letztlich ist es wieder eine Lösung aus dem eigenen Kreis, was wir auch vorher schon besprochen haben. Also ich glaube fast, dass, ja, der Name Johann Gartner, der niederländische Landespräsident, ist gefallen. Für mich aber ähnlich jetzt wieder, wie der Gerhard Milletich, der aus dem Burgenland kommt. Aber man braucht eine terministische Lösung. Schwieriger wird es fast, bis zum Sommer eine richtige Lösung zu finden. Dafür muss man einfach die Strukturen neu schaffen und einfach mal eine Einigung erzielen und für eine Einigkeit sorgen. Und das ist das Schwierigste, weil noch einmal, es ist ein Ehrenamt. Wer sollte sich das jetzt, nachdem was jetzt passiert ist, in den letzten Wochen und Monaten, antun wollen? Rein sportlich gesehen geht es dann ab März für den ÖFB wieder um wichtige Punkte für die EM-Qualifikation. Um den Übergang noch zu schaffen, man muss sich natürlich in einem Trainingszentrum vorbereiten. Aspern scheint jetzt mal beschlossen zu sein, jetzt mit der Entlassung oder dem Rüttritt von Milletich könnte das Ganze noch eine Kehrtwende erfahren. Wie hast du das Drama von außen betrachtet? Warum ist es in Österreich ausgerechnet immer so schwierig, solche Konzepte umzusetzen, dass man unter Mitte im Ernst-Happel-Stadion ist, wo man vielleicht dem ein oder anderen Stadionwart dann einfach weichen muss, wenn der sagt, jetzt dürft ihr aktuell nicht auf den Platz. Wie wichtig ist es auch, vor allem im Jahr 2023, eigener Herr von dem Trainingszentrum zu sein? Extrem wichtig. Prinzipiell muss man leider sagen, sind wir keine Sportnation. Es genießt zwar jeder ein Skirennen und ab von den Kitzbühlen beim Schnitzel und beim Bier und dann schaut mal zu, aber eine Sportnation bezeichnen wir uns da gerne und auch die Sportstadt Wien. Aber eine Sportnation sind wir nicht. Das zieht sich halt durch alle Bereiche durch. Dementsprechend ist es auch schwierig, große Investitionen zu rechtfertigen, gerade wenn man die Hilfe vom Bund und von den Ländern braucht. Das sieht man in allen Themen, Nationalstadion, jetzt eben auch Trainingszentrum. Je mehr der ÖFB oder auch die Vereine herumkommen, Europacup spielen, Länderspiele, sieht man einfach, dass wir dann auf Weltrangliste Nummer 150 sein müssten, was die Trainingsbedingungen betrifft. Deshalb ist der Grundsatzentschluss, und momentan ist es ja nur die Grundsatzentscheidung des Präsidiums, Aspern, überfällig und goldrichtig. Natürlich musste man auch da Kompromisse machen, das ist alles eine Frage des Geldes, momentan ist alles teurer geworden, verzichtet auf eine Halle. Aber wenn die Herren Alaba, Arnautovic von ihren Vereinen daherkommen, dann wollen sie und haben sie auch das Recht, ehrlich gesagt, sich möglichst professionell auf besten Bedingungen vorbereiten zu können. Und das ÖFB-Team ist auf Wanderschaft. Jetzt werden wir dann die Qualifikation in Linz starten. Toll, das neue Stadion, freut sich jeder drauf. Vielleicht auch die Chance einmal für nicht ganz so große Länderspiele, dass die Arena in Linz an das neue Nationalstadion wird. Aber es braucht einfach Trainingsbedingungen, es braucht eine Heimat. Und es braucht auch der ÖFB, die Geschäftsstelle, ein Zuhause. Weil momentan ist die Altenräumlichkeit im Hauptstadion, es ist mehr wie ein Lagerraum. Das ist einfach nicht zeitgemäß und überfällig. Wir reden vom größten Sportverband des Landes. Und deshalb ist der Grundsatzentschluss zur Aspern absolut zu befürworten, war wichtig. Und der wurde getroffen, wie die Causability schon im Rollen war. Das heißt, da dürften die Herrschaften es geschafft haben, zumindest diese Sache außen vor zu lassen und dann wirklich eine Entscheidung im Sinne des Sports zu treffen, auch wenn auch dieser Beschluss alles anders einstimmig war. Also auch da ging es wieder um, ich sage jetzt nicht persönlich Interessen, aber da wäre eben das Bundesland, der Ort, das lieber gewesen. Oder war man nicht zufrieden, weil eben die Halle nicht dabei ist, weil es keine Ausbarmöglichkeiten gibt. Es wurde mal ein Kompromiss getroffen für Aspern, bis das wirklich realisiert wird. Es wird dauern, wobei das ist jetzt kein österreichisches Phänomen. Es dauert in vielen Ländern dann extrem lang. Aber es wird noch, also Teamchef Ralf Rangnick wird es nicht mehr erleben, dass er mit dem ÖFB-Team in Aspern trainieren wird. Ein Langzeitprojekt, das hoffentlich irgendwann ein Ende finden wird. Und die EM-Qualifikation naht bekanntlich in vier bis fünf Wochen. Geht es dann ums Eingemachte mit zwei unter Anführungsstrichen Schlagbahnen-Jausengegnern, wenn man die eigene Leistung auf den Platz bringt? Wie gut ist denn die Auslosung für Österreich? Oder könnte Aserbaidschan oder Estland schon zum Stolperstein werden? Ich denke nicht, ich hoffe nicht. Also ich glaube, der letzte Auftritt 2022 gegen Italien war schon sehr, sehr vielversprechend. Und der Weg ist schon vorgezeichnet. Also die Qualifikation für die Euro ist ein absolutes Muss. Aber das, sagt der Rangnick und Co., sagen ja alle selber, das ist der Anspruch. Das ist, wie gesagt, ein Muss. Es ist eine perfekte Auslosung, meiner Meinung nach, weil man da mit sechs Punkten in die richtigen Schnittpartien gehen kann. Und die sechs Punkte muss man holen und wird man holen. Also davon bin ich felsenfest überzeugt. Sie wissen ja auch, dass sich Sportler natürlich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Nämlich das Runde-ins-Eckige zu bekommen. Inwiefern könnte aber vor allem diese Präsidiumsänderung, dieser Rücktritt von Gerhard Milletich, positive oder negative Auswirkungen auf die sportliche Ausrichtung haben? Gar nicht. Also das Nationale wird das überhaupt nicht tangieren. Also die Spieler wird das nicht tangieren. Die Bedingungen werden ja so wie bisher vorhanden sein. Also da ändert sich jetzt gar nichts. Also nein, das ist ja bei Vereinen oft noch schlimmer. Das herrscht oft viel mehr Chaos, wo im täglichen Geschäft die Spieler das mitbekommen. Dann müssen sich die Spieler und haben sich die Spieler auf ihren Job zu konzentrieren. Der ist auf dem Rasen. Selber, das gilt für das Trainerteam. Also das darf keine Auswirkungen haben auf das Nationale und auf die Spieler. Rein sportlich gesehen würde ich auch noch Ralf Rangnick gerne ins Boot holen, der ja jetzt auch nicht seit Ewigkeiten dabei ist und nur wenige Spiele hatte, um vielleicht auch seine Handschrift schon mal in das Team zu übertragen. Was hast du bis jetzt gesehen, was vielleicht unter Fodor nicht zu sehen war? Inwiefern bist du auch optimistisch, dass sich dieser Spielstil zum Positiven fortsetzen wird? Ich bin sehr optimistisch, weil der Ralf Rangnick auch eine andere Denkweise implementiert hat. Das hat sein Fernsehinterview gleich nach dem Unentschieden gegen Frankreich gezeigt, wo er die Gratulationen abgelehnt hat. Der sehr wohl auch selbstkritisch ist, der sehr fordernd ist. Und genauso mit diesen eigenen Ansprachen sich selber treten auch die Spiele jetzt auf. Also definitiv ein neuer Wind und man orientiert sich nicht mehr am Gegner. Das ist das, was ich unter dem Vorgänger Franco Fodor ein bisschen gekrittelt habe. Da hat man das Gefühl, egal wer da herkommt, man richtet sich immer nach dem Gegner. Und unter Ralf Rangnick hat man schon das Gefühl, wir sind in Österreich, wir wollen unser eigenes Spiel durchziehen. Es ist jetzt übertrieben, entspricht man dann wieder von der Salzburg-DNA. Aber dieses Selbstbewusstsein ist jetzt einfach da und das ist auch spürbar. Und das sieht man auf dem Rasen und das sieht man auch so im täglichen Umgang mit den Spielern, wenn sie beim Nationalen sind. Also definitiv eine Aufbruchstimmung. Aber natürlich, jetzt muss geliefert werden, weil wie gesagt, die Euro ist eigentlich ein Muss. Das große Ziel ist ja dann eigentlich die WM 2026. Und selbst Ralf Rangnick stellt ja absolut außer Frage, dass man da dabei ist. Also jetzt bei der Euro stellt er außer Frage, da hat man dabei zu sein. Hat man dabei zu sein mit den beiden weiteren Gruppenkandidaten Schweden und Belgien. Muss man also auch noch mithalten und die nötigen Punkte dann einholen. Führungsspieler haben wir mittlerweile auch wieder mehrere. David Alaba hat, glaube ich, vor allem diese Rolle als Innenverteidiger sehr gut angenommen. Auch ein Marco Arnautovic ist nach wie vor einer, der den Unterschied machen kann. Und Marcel Sabitzer ist spätestens seit seiner Verpflichtung bei den Bayern auch in aller Munde. Hat es da nicht einfach gehabt und jetzt wieder leihweise zu Manchester United verfrachtet. Wie viel Spielzeit gibst du ihm auf der Insel? Boah, das ist verdammt schwierig. Also das ist wirklich nicht zu beurteilen. Bei den Bayern hat man gemerkt, das geht sich nicht aus. Dann waren Anplanungen von Julian Nagelsmann nicht mehr wirklich so vorgesehen. Verdammt starke Konkurrenz gehabt. Aber reden wir auch von einem Kimmich, einem Goretzka und und und. Bei Manchester, jetzt gibt es die Verletzung von Christian Eriks und deshalb haben die Red Devils so schnell reagiert. Aber da gibt es auch einen Casemiro, einen Fred, einen Bruno Fernandes. Es ist ein logischer Schritt. Für ihn vielleicht ein Glücksfall, dass sich die Chance jetzt ergeben hat. Eine Art von Neustart. Bei Leipzig hat er es bewiesen, dass er auf dem Niveau spielen kann. Aber wirklich schwer zu sagen. England haben meistens drei Spiele pro Woche. Muss rotiert werden. Es ist einfach ein Neustart. Es war gut so, dass er von Bayern weg ist. Er war davor ein Führungsspieler, auch wenn es bei einem Bayern nicht war. Er kann es auch bei Manchester United. Er weiß nicht, ob er ein Führungsspieler wird. Es sind auch die Expertenmeinungen genauso. Anna, Rio Ferdinand, United Legende, gratuliert United zu dem Transfer. Er sagt, wenn man so einen Spieler kriegen kann, muss man ihn nehmen. Er war bei Leipzig sensationell. Der Dietmar Hamann sagt, der Marcel Sabitzer, bei allem Respekt, ist ein guter Kaderergänzungsspieler, aber er wird keinen Einfluss haben. Auf der Spiele, er wird dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken können. Es ist spannend. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Borti, auf jeden Fall besten Dank für deine Einschätzung. Wir sind natürlich auch mit unseren Augen in der Premier League unterwegs, um zu schauen, ob sich Marcel Sabitzer in der ersten Elfter Red Tables behaupten kann. Und Anfang März geht es dann für den ÖFB ums Eingemachte in den ersten Wettbewerbsspielen gegen Aserbaidschan und Estland. Das Ganze ohne ÖFB-Präsident Gerhard Miletich. Die nächsten Tage werden zeigen, in welche Richtung es geht. Bis zum nächsten Mal.